Erhard Schärfer in Berlin, das sind ja an einem heißen Tag nochmal ziemlich heiße Eisen, um meinen etwas, naja, abgestrampelten Humor nochmal zu bemühen. Also tatsächlich so kurz vor der Sommerpause nochmal ein richtig bedeutsamer Sitzungstag, oder? Da muss ja noch ordentlich was weggearbeitet werden. Das sieht man jetzt an dieser Tagesordnung, die Sie gerade sehr präzise geschildert haben. Vielen Dank dafür. In der Tat, die Kanzlerin wird das vierte Mal inzwischen schon befragt in diesem Format. Und danach tatsächlich die erste Beratung zu zwei Gesetzentwürfen zur Neuregelung der Organspende. Damit einher geht ja auch eine Änderung des Grundgesetzes. Die entscheidenden Stichwörter sind Worte, sind Widerspruchslösung gegen Zustimmungslösung. Ein weites Feld, ein sehr intensives, ein sehr wichtiges und auch ein sehr ernstes Feld. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir zwei Gäste haben, die sich mit dem Thema wirklich durch und durch auskennen, um die auch beide Mediziner sind, also auch wissen, worüber sie reden und die vor allem federführend waren bei den Gesetzentwürfen, um die es hier heute gehen wird. Neben denen gibt es übrigens auch noch einen Antrag der AfD, in dem gefordert wird, dass mehr Vertrauen geschaffen werden soll in die Organspende. Aber wir kümmern uns um die Gesetzentwürfe in erster Linie. Und ich freue mich, dass bei uns ist Kirsten Kappert-Gonther für die Grünen, Sprecherin für Gesundheitsförderung. Und Karl Lauterbach ist der stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion und ja, der Gesundheitsmensch der SPD, wenn man so sagen kann. Oder zumindest der Fraktion, zumindest der Prominente. Viele andere arbeiten da ja nicht minder fleißig an diesem Thema. Ich habe schon gesagt, zwei unterschiedliche Begriffe, die, glaube ich, das schon im Großen und Ganzen auf den Punkt bringen. Das Ziel aber ist dasselbe, nämlich das Ziel ist, mehr Organspenden, mehr Bereitschaft zu Organspenden zu schaffen oder zu bekommen. Vielleicht nehmen wir es noch mal ein bisschen grundsätzlich auseinander, Frau Kappert-Gonther, dass Sie einfach noch mal sagen, das, wofür Sie eintreten, im Kern das Ziel und die Grundidee ist für Ihren Gesetzentwurf. Das A und O, um die Organspende zu fördern, sind einerseits die Strukturen und andererseits das Vertrauen in der Bevölkerung. Und wir sagen, Vertrauen schafft man durch gute Aufklärung, durch mehr Aufklärung und durch Freiwilligkeit. Und darum sagen wir, schweigen darf hier nicht Zustimmung heißen bei einem so zutiefst persönlichen Thema. Das heißt, Sie erwarten, dass die Menschen sich festlegen und dass Sie dann sagen, ich, beziehungsweise, dass eine Organspende nur dann stattfinden soll, wenn auch jemand gesagt hat, ja, mit mir geht das klar. Genau, eine ausdrückliche Zustimmung. Dafür wollen wir, wenn jemand einen Pass- oder Personalaustrag beantragt oder verlängert, eine direkte Ansprache in den Behörden schaffen, die sagen, bitte beschäftige dich mit diesem Thema. Es gibt die Möglichkeit, sich online direkt vor Ort zu registrieren und wir schaffen die neue Möglichkeit einer verbindlichen Aufklärung bei den Hausärztinnen und Hausärzten. Denn das wollen die Menschen, die fühlen sich ja im Moment nicht gut informiert. Und diese Aufklärung, diese Information und die direkte Ansprache, die muss man eben erhöhen. Der direkte Gegenentwurf ist die sogenannte Widerspruchslösung. Eigentlich ist sogar von einer doppelten Widerspruchslösung die Rede, denn nicht nur der Betroffene soll widersprechen, sondern wenn der nicht mehr widersprechen kann, seine Angehörigen. Warum, Herr Lauterbach, halten Sie das für die bessere Lösung? Also es ist die Lösung, die in 20 von 28 europäischen Ländern praktiziert wird. Die Länder, die deutlich höhere Spenderaten haben als wir, wir sind ja Nettoempfänger von Organen aus anderen europäischen Ländern, die haben allesamt Widerspruchslösungen. Die funktionieren nicht alle gleichermaßen gut, aber es ist ja ganz klar, wenn ich automatisch Spender bin, es sei denn, also ich habe widersprochen und weiß auch, dass das so ist, dann also wären die vielen, die jetzt gerne spenden würden, auch zu spenden. Wir wissen, dass derzeit weniger als die Hälfte derer, die gerne spenden würden, als Spender später in Frage kommen, weil sie einfach immer zu Träge gewesen sind, also den Organausweis, den Spenderausweis auszufüllen. Daher glaube ich, dass bei dem Vorschlag von Frau Gonter es sich nichts ändern würde. Wir haben ja jetzt auch schon die Zustimmungslösung, ich habe schon beim letzten Gesetz gesagt, da wird nichts bei rumkommen. Sicher brauchen wir mehr Aufklärung, auch wir Ärzte klären ja auf. Aber Tatsache ist, dass derjenige, der aufgeklärt wurde, dann die Entscheidung, den Spenderausweis auszufüllen, vor sich hinschiebt und zum Schluss also doch nicht hat. Von daher würde sich damit nichts ändern. Wir müssen aus meiner Sicht jetzt mal den nächsten Schritt gehen, den Schritt, den 20 von 28 europäischen Ländern schon gegangen sind. Was ist falsch daran, dass man sich Gedanken machen muss darüber und im Zweifel dann einfach Nein sagt? Erstmal impliziert diese Frage ja schon, dass die Widerspruchsregelung wirklich die Organspenden erhöhen würde. Das ist nachweislich nicht der Fall. Wir haben gerade kürzlich eine britische Studie gelesen, die veröffentlicht wurde, die nachweist. Die haben 35 Länder europäisch, international untersucht mit Zustimmungsregelung, mit Widerspruchsregelung. Und es ist nachweislich so, dass diese unterschiedlichen Regelungen keinen Effekt haben. Die Widerspruchsregelung nutzt nicht. Was etwas nutzt... Aha, da muss man direkt dazwischen gehen. Dann könnte man ja, wenn Sie so argumentieren, könnte man ja gleich sagen, dann können wir es so lassen, wie wir es hier haben. Nämlich mit der sogenannten Entscheidungslösung, dass man also einen Spenderausweis bei sich haben soll. Und unabhängig davon ist die Anzahl der Spenden im vergangenen Jahr sogar, hat ja sogar zugenommen. Zwar nicht dramatisch, aber immerhin. Nein, es besteht ja überhaupt kein Dissens darin, dass wir die Organspenderate, die realisierte Organspenderate erhöhen müssen. Also müssen wir etwas tun. Das Erste haben wir getan. Im April ist ein Gesetzentwurf endlich verabschiedet worden, die Strukturen in den Kliniken zu verbessern. Das wird jetzt Wirkung entfalten. Und dann muss man sich überlegen, wie realisiert man, dass die Menschen, die ja spenden wollen, das ist ja genau richtig, wie der Kollege das sagt, sind ja über 80 Prozent, die spenden wollen, dass das auch wirklich dokumentiert wird. Und das tut man halt durch die direkte Ansprache und durch die Einführung eines entsprechenden Online-Registers. Die Widerspruchsregelung, aber die nichts nutzt, potenziell sogar schädlich ist, weil sie das Vertrauen unterminiert und eben gegen die Selbstbestimmungsrechte verstößt, die ist nicht die Lösung. Weil schweigen darf nicht Zustimmung sein bei so etwas substanziell Wichtigen. Das ist ein zentrales Argument, das man von Kritikern hört, dass es die Selbstbestimmungsrechte beeinträchtigt, das Modell, das Sie, aber auch der Bundesgesundheitsminister favorisieren und einige andere auch. Was sagen Sie denen? Zunächst, ich kläre ja auf. Also jeder weiß ja, wir werden im ersten Jahr jeden dreimal informieren. Jeder weiß ja, wenn er sozusagen nicht widerspricht, ist der Spender. Zum Zweiten, ich sage mal so, zunächst einmal, also ich stelle einfach strittig, was Sie gesagt haben, dass die Widerspruchslösung nichts bringen würde. Das würde ja bedeuten, dass 20 von 28 Ländern es nicht gut verstehen und die Studien falsch lesen. De facto, ich bin Selbstwissenschaftler. Nein, ich will nur so viel sagen. Ich glaube auch übrigens, dass die Widerspruchslösung alleine die Probleme nicht komplett löst. Da sind wir einer Meinung, aber dass das ein wichtiger, richtiger, notwendiger Schritt ist, um also das Ganze praktikabler zu machen, das glaube ich ist unstrittig und ich halte es bedenklich zu sagen, die anderen um uns herum sind alle blöd, die verstehen die Studien nicht. Hier zu der Frage der Selbstbestimmung. Wenn jemand das Organ benötigt, dann ist es zu jedem Zeitpunkt so, auch wenn er selbst nie irgendwas ausgeführt hat, er will es sofort haben. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der für den Fall, dass er ein Organ benötigt, gesagt hat, ich hatte keinen Spendeausweis, ich verzichte daher. Jeder will dann sofort das Organ oder für die eigenen Kinder. Dann muss ich auch bereit sein, mich mal mit der Frage ernsthaft zu beschäftigen und zu widersprechen, wenn ich nicht spenden will. Dann kann ich immer noch ein Organ bekommen, aber das ist das Mindeste, was ich verlangen kann. Wenn jeder ein Organ haben will, verständlicherweise, und es sterben jedes Jahr 2000 Menschen auf der Warteliste, jeden Tag sechs Menschen. Dann muss man sich auch damit mal beschäftigen. Das halte ich für eine ethische Pflicht, auch im Sinne von Kant. Das ist eine spannende Frage an der Stelle gerade. Ich merke, Sie sind ja eh dran. Die Frage ist ja, ob das Selbstbestimmungsrecht, okay, das ist nachvollziehbar, das ist sicherlich ein hohes Gut, aber wiegt es nicht höher? Weil Sie beide Mediziner sind, Ärzte und entsprechende Eide abgelegt haben, nehme ich mal an. Wiegt die Rettung von Leben nicht höher als ein Selbstbestimmungsrecht von Menschen, die als schon zumindest gehirntot erklärt werden? Mein zentrales Argument ist ja, dass die Widerspruchsregelung das Problem nicht lösen wird. Darüber haben wir gerade gesprochen. Und es muss möglich sein, dass Menschen sich auch nicht mit dieser wichtigen Frage, komplexen Frage beschäftigen. Es gibt Menschen, die können in bestimmten Phasen ihres Lebens diese Fragen nicht für sich darüber nachdenken. Das sind Menschen, die von ihrem Alltag überfordert sind, sind insbesondere auch Menschen in einer seelischen Krise oder mit einer psychischen Erkrankung, die per se zu Spenderinnen zu erklären, nur weil sie... Nein, das stimmt nicht so, nur ganz klar. Nein, 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 ganz vorsichtig. Jeder sozusagen, der die Tragweite einer solchen Spende nicht überblicken kann, zum Beispiel, weil er psychisch krank ist oder weil er beispielsweise eine sonstige Einschränkung ist, kommt als Spender nicht in Frage. Übrigens, lassen Sie mich so sagen, ich habe den Antrag geschrieben. Von daher bei allem Respekt. Und zum Zweiten, es ist auch, also somit ich kenne meinen Antrag, vermeintlich besser als Sie ihn kennen. Zum Zweiten ist es auch noch so, also wir Ärzte, wir nehmen keine Organe von jemandem, der offenbar in einer schweren psychischen Krise ist. Das macht niemand. Das ist auch heute übrigens, das ist übrigens auch heute illegal. Wenn Sie als Arzt heute ein Organ entnehmen bei jemandem, der in einer schweren Depression beispielsweise ist, das wissen Sie als Kollegin, machen Sie sich strafbar. Also bitte hier keine Ängste wecken, die so nicht zutreffen. Sie sind mir gerade meiner Antwort, beziehungsweise meiner Frage ausgewichen. Denn meine Frage war ja, ist das Retten von Leben, überwiegt das nicht das Selbstbestimmungsrecht von Menschen, die für Gehirntod erklärt worden sind schon, weil sonst dürfen sie ja gar nicht Organe entnehmen. Die Widerspruchsregelung rettet per se kein Leben. Was Leben rettet, ist die Verbesserung der Strukturen und das Vertrauen. Darüber haben wir gesprochen. Und die Selbstbestimmung ist ein zentrales Element menschlicher Würde. Und die einfach aufs Spiel zu setzen, das halte ich für unlauter. Und in dem Gesetzentwurf des Kollegen Lauterbach und Spahn werden ja die Aufklärungspflichten sogar reduziert. Es wird nicht reichen, drei Briefe an Jugendliche zu schreiben und ansonsten auf die Uninformiertheit zu setzen. Das halte ich für unlauter. Und zu der Frage psychisch Erkrankte, es läuft nicht jeder rum mit einem Ausweis, ich bin psychisch krank. Es gibt einfach Menschen, die sind zu bestimmten Phasen ihres Lebens nicht fähig, sich mit dieser Frage zu beschäftigen und dann entsprechend auch nicht zu widersprechen. Und die darf man nicht einfach zu Spenderinnen erklären. Die letzte Gelegenheit zu einer Antwort hat Karl Lauterbach, denn wir haben die Klingel im Hintergrund schon gehört. Und wir wollen natürlich den Beginn der Befragung der Bundeskanzlerin hier auf gar keinen Fall verpassen. Deswegen haben Sie jetzt in diesem Gespräch und in diesem Interview das letzte Wort. Genau, die Selbstbestimmung, die erachten wir auch. Das ist ganz klar und das ist ein Teil der Selbstbestimmung. Wenn ich sage, wenn ich nicht widerspreche, bin ich Spender. Das ist aus meiner Sicht die unbürokratische, ehrbare Umsetzung der Selbstbestimmung. Es darf also hier nicht so dargestellt werden, als wenn die Gegenseite für die Selbstbestimmung wäre. Wir wären dagegen, sondern es ist einfach, wie wird die Selbstbestimmung hier umgesetzt? Und das ist aus meiner Sicht der einfachere und bessere Weg.